Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PS3 aka der Junge Zocker. Ich mache mich heute mal wieder bereit. Ich spiele heute Call of Duty Monawolf War 3 auf der wunderbaren Map Seatown. Capture the Flag ist angesagt und ich habe schon die MP5 in mein Ding eingepackt, in mein Arsenal. So, natürlich mit Rotpunkt, wie sich das so gehört. So, wir machen uns jetzt mal hier. Kommt bereit, Leute. So. 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 Perfekt, die ersten 50 Punkte sind erreicht, der erste Kill. Ich habe nur darauf gewartet, dass wir den ersten Kill hier mal langsam erzielen. Und das haben wir jetzt natürlich auch gemacht. So, jetzt gehen wir weiter. Da vorne steht irgendwas, wir sollen jemanden töten. Aber der lässt sich nicht einfach so töten, Leute. Der lässt sich nicht einfach so töten. Der ist hartnäckig. Der ist richtig hartnäckig. So, jetzt gehen wir mal nach da oben. Raum nach oben. Gucken wir mal, vielleicht ist da ein Raum drin. Ah, das Tötensymbol ist schon weg. So, jetzt müssen wir die Flagge da hinten nehmen. Ja, perfekt. Schaut euch das an. Ah, von der verdammten Linie. Weggefetzt, schaut euch das an. So, wir gehen mal in die Klasse. Schauen wir mal, was wir hier noch haben. G36 ist nicht gerade mein Fall hier von Waffen. Aber die Striker, Scorpion, Splitter, Erschütterungskanade, Fingerfertigkeit, Bruder, Hardliner. Und der Stalker kommt auch mit. Das ist alles in der nächsten Runde. So, dann gehen wir mal da lang. Genau, da gehen wir mal lang. Da habe ich einen Torbogen rein. Was ist nochmal auf dem Gewürzmarkt hier oder was das darstellen soll. Drei Sekunden bis zum Wiederanstieg. Eins, zwei, sieh, bro. So, jetzt sind wir wieder hier auf offenem Terrain. Da ist irgendwas. Ich glaube, da muss die Flagge hin. Ah, da hinten ist die Escorte. Also, ich muss besser gesagt diese Person eskortieren. Das ist kein Problem. Jetzt entpack ich aber erstmal hier meine wunderbare Striker aus. Ein Schuss und der Gegner ist weg hier. Der Gegner ist im Jenseits. So, rein da. Jetzt haben wir es gleich. Ich muss die Flagge schützen. Ah, blödes Fenster. Nein, warten auf Wiederanstieg in die Sekunden. Oh, da, perfekt. Ah, Aufklärung. Oh, wirklich, ruhige Hand, Bro. Gute Perks hat er. So, versuchen wir mal mit der Scorpion zu schießen. Ah, da ist ja die Flagge schon. Die müssen wir jetzt nehmen. Aber ich passe diesmal auf. Dass da nichts liegt. Ah, ja, perfekt. Hat geklappt. So, jetzt habe ich hier die Ding... Ah, nein. Leute, nein. Ah, ah. Flacke wurde mir weggeklaut, Alter. Perfekt. Ah, guter Schuss. Aber das hat nichts mehr gebraucht. Schauen wir mal in den Ohren. Aha, C4, Alter. C4 war's. Perfekt, C4. So, gehen wir mal Klasse wählen. Ah, MP5 auf jeden Fall. S, M, A, B. Und Halbzeit, Zeitenwechsel 0 zu 0. Ja, das war's dann eigentlich schon wieder von eurem YouTube-Nemungs-Grom. See you later, alle Gator. Ciao, bis zum nächsten Mal.